Was geht ab Leute, Nerd Alert Games hier und willkommen zurück zu The Walking Dead. Episode 1, 2 und 3 habe ich schon gezockt und ich kann es kaum erwarten, Episode 4 endlich anzufangen. Legen wir los. Episode 3. Play. Und natürlich alle Links zu den ersten drei Episoden natürlich in der Beschreibung. Shut up, Carly! I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem with- You're not coming with us. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, then that girl ain't gonna meet you. What do we do? Give me the God care. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementi. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether the lead wants you to or not. Now, what I... Oh, the fuck. I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Oh, da hat er nicht ganz unrecht. Episode 3 war schon der absolute Knuller. Sehr viel Sachen passiert. Und wie ihr gerade seht, alles, was wir in dieser Story machen, beeinflusst natürlich das Spiel. Die kleinste Sache. The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist so dead, after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive! If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. What's he saying? Hello, who the hell is this? Hello? Hello? Are you there? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Run! God damn it! Run! Follow me! That was a good choice. Headshot! So must that... So must that... ... ... ... ... ... Shit, Clementine ist in Gefahr. Schieß doch einfach. Der lässt sieben Stich? Okay, ein nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viel Munition ich überhaupt... Clementine ist so nah. Sehr gut. Ich hab gerade auf den Geschossen, aber irgendwie wurde der nicht getroffen. Das ist nicht all. Ich glaub nicht, dass wir da durch sind. Boah. Knappe Sache. Hoffentlich hat Chuck überlebt. Ich hab die Tür. Okay. Du bist okay? Ja. Du hast du geöffnet dein Schmerz. Du schweigst. Shit, es wird sich infectiert. Wir müssen ihn in die Mitte kommen. Knie, wie ist die Tür gekommen? Ich arbeite auf ihn. Ich arbeite auf ihn. Wir arbeiten schneller, würde ich? Ja, vielleicht gibt's da irgendwas. Wir sollten erstmal mit allen reden. Ganz, ganz wichtig in dem Spiel. Hm. Nein, sie haben uns nicht gesehen. Wir waren zu schnell. Ich kann sie immer noch hören. Es klingt, wie sie näher sind. Es ist nur deine Erachtung. Ich fühle mich sicher, wenn wir in der Haus sind. Ich glaube, wir sind hier. Wie sieht er aus? Ich bin gut. Es ist nicht gut. Du hast wieder öffnet dein Schmerz. Du hast du blöde verloren. Und Gott nur weiß, was er in der Lage ist. Es könnte sein, es könnte sein... Es könnte sein, es könnte sein... Keine Entschuldigung. Aber du musst wirklich arbeiten auf deinem Bedeutelung. Hm. Es wird wahrscheinlich worse, als es ist. Ich versuche nicht zu bemerken. Es wird immer worse, als es wirklich ist. Es ist nur, wenn es ein BITE ist. Ja, es ist nicht ein BITE. Wir werden dich verabschieden. Wir werden uns in der Haus, bitte? Ich bin auf. Lee? Ja? Nein, es ist gut. Wer steht hier noch so rum? Da wurde jemand begraben. What da? Und eine Hundehütte. Hieraus trinken wir am besten nicht, würde ich sagen. Bleh. Okay, gehen wir mit Ben. Ben. About what happened back there on the street. I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. Think we can get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah, looks pretty solid. How do you think Kenny's holding up? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck. At least not with me. Yeah, well, I figured that's probably for the best. I'm gonna go check things out. Alright. Ich hab langsam so das Gefühl, dass Kenny zur tickenden Zeitbombe wird. Eindeutig. Nachdem er Duck und Katja verloren hat. Das ist schon echt extrem. Sieht's denn hier aus? Stimmt, wir haben ja noch unser... Ah, schade. Ich dachte, der könnte einfach mit dem Schlüssel Dinge nach voraun. Immer mit Kenny. Find a way in yet? Door's locked up tight. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seeing it. You think maybe someone's still inside? Nah. We'd have heard from him by now, all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hole up. We can just figure out how to get in. Hey, how you holding up, man? Lee, I appreciate the interest. But I don't think talking about my feelings right now He's gonna help us get inside this house. Maybe you should have a look around. See what you can find. Ja, sollten wir auf jeden Fall tun. Kenny will auf jeden Fall nicht mit uns reden. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. Vielleicht passt Clementine durch. I tried it already. That's locked two. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighborhood went just like that. It's radio-controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Oh, shit. Every day's a school. All day. All right, so... Where's the dog? Ich weiß, wo der ist. 100% ist der da begraben. 100%ig. Oh, wir können nichts damit machen. Das ist aber schade. Hm. Direkt neben der Hundehütte kann gut sein, dass da der Hund ist. Vielleicht wurde er sogar mit dem Halsband begraben. Naja, gut. So schnell werden wir den Hund jetzt nicht finden. Das stimmt. Da ist echt nichts zu machen. Boah, das Ding wirklich so stark, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh Gott, wie kommen wir denn da jetzt rein? Ich würde ja irgendwie sagen, dass wir beim Baum klettern oder so, aber... Hm. Da haben wir eine Schaufel. Ich weiß, was wir machen. Das war auch der einzige Weg, den ich mir so hätte vorstellen können. So, und jetzt gehen wir zur Hundehütte. Beziehungsweise zu dem Grab. Und dann graben wir da mal ein bisschen rum. Wenn garantiert, das Halsband finden. Hey, be careful. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, I hear you. What's buried down there? Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Das wollte ich auch, ehrlich gesagt, nicht. Ich sollte das nicht sehen. Ja, da ist das Halsband. Oh, der kotzt in den Busch. Sie ist schwanger. Irgend so ein Mist kommt bestimmt noch. Okay. Wir haben das Halsband. Jetzt können wir eigentlich Clementine durch die Tür jagen. Kann ich nochmal kurz mit ihr reden? Okay. Ich wollte nicht, dass sie verletzt ist, aber ich fand es wirklich besser, sie ein bisschen zurückzuschicken. Okay, jetzt das Halsband anwenden. Es ist nichts. Ja! Gott, damn!